Hi Roman, du willst Fallschirm springen? Wie kommst du dazu? Du brauchst das Geschenk? Hochzeitsgeschenk! Geile Nummer, aufgeregt? Nein, das geht. Was geht mehr, verspreche ich dir. Cool, ich würde sagen, machen wir die gleich fertig, weil so funktioniert es nicht. Funktioniert auch, wie es aussieht. Wollen wir ja nicht. Machen wir die gleich fertig und dann gehts los. Alles klar Roman, bis gleich. Ich bin mit dem Licht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020